Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Hitman Absolution. Oh. Wie es hier geht, wissen wir ja eigentlich schon. Warum ich hier gerade zu laut gerannt bin, weiß ich auch nicht. War ziemlich dumm von mir. Kommt sie bis hier hoch? Nee, oder? Sie ist offenbar weitergegangen. Die ist tatsächlich recht attraktiv, finde ich. Aber wenn ich einfach so raus darf, warum darf ich denn auch einfach so rein? Wäre das auch kein Problem mehr vielleicht? Den Kontrollpunkt habe ich ja schon aktiviert. Kann ich ihn jetzt nochmal aktivieren? Geht das? Hallöchen. Ich möchte nicht stören. Kann ich ihn überschreiben? Nee. Wo ist denn unser Held jetzt? Was ich leider, äh, was ich schon weiß, oder nicht leider, aber was ich halt weiß. Während der da drin ist, da drüben im anderen Raum, da ist eine Kamera hinter, hinter dem Spiegel. Wenn man in den anderen Raum da reinkommt, kann man ihn dadurch erschießen, aber das kriegt er nicht mit. Also das kriegt keiner mit. Wenn man einen Schalldämpfer hat. Das wusste ich jetzt bereits, ähm, ja. Ich habe es jetzt nicht mal genutzt, von daher. Dann würde ich sagen, da hinten ist er am Pinkeln wieder. Was kann ich denn da schlaues machen? Ich will es da eigentlich nochmal probieren. Na, darf ich nicht rein gerade? Niemand ist gern gewöhnlich, aber sie tun gut daran, es zu sein. Besser so. Vorsicht! Hey, du musst den Mann nicht anfassen. Hm. Ne, da drin fällt mir tatsächlich keine Methode ein, wie ich an ihn rankomme. Ich würde gerne nochmal in die Bar, denn da war ja auch was markiert. Und jetzt nicht mehr. Dann bleibt mir eigentlich nur noch die Kugel hinten. Obwohl, kann ich vielleicht auf die Bühne? Ich will mehr Benjamin sehen. Äh, ich weiß nicht. Ich gehe jetzt einfach heim, okay? Mir reicht. Kommt der jetzt her gerade? Ich bleibe nur so lange hier drin und dann versuche ich es mit dem Timing. Muss mir wahrscheinlich einfach mehr Mühe geben. Ich dachte halt, er steht drunter und dann wird er schon passen. Aber da verlangen sie wohl ein wirklich gutes Timing. Kommt der jetzt her? Hä? Nee, ich wollte nicht rausgehen. Wollte nur rausspähen. Kommt gerade die Wache her? Das ist halt noch so ein Problem, dass ich das nicht weiß. Timing ist alles. Geht er so weit? Verdammt. Verdammt. Mann! Wenn schon, denn schon. Jetzt will ich mal den Spaß wenigstens haben. Na los. Jetzt will ich mal kurz ein bisschen Amok laufen. Zur Beruhigung. Nur zur Beruhigung, wie gesagt. Hier einfach stehen zu bleiben bei so einer Schießerei ist aber auch selten dämlich. Oh. Keine Munition zu haben, hingegen. Ist völlig legitim. Minus 49.000 Punkte. Das muss auch mal sein. Ich finde das ist sehr beruhigend. Wo man sich die ganze Zeit so konzentriert irgendwie zu Stealthen und das kriege ich ja nicht mal hin. Ich könnte auch einfach da durch. Da müsste ich nicht extra noch die Schlüsselkarte holen, die ich jetzt nicht mehr habe, richtig? Ja. Ich habe ja echt blöd gespeichert. Na los. Geh rein und entspann dich. Ich bleibe hier. Du gehst woanders hin. Okay. Obwohl, Moment. Ich bin kein Gag. Hat er eine Schlüsselkarte? Ja. Okay, okay. Ich habe eine neue Idee. Ich habe nur eine neue Idee. Ich habe keine... Ich bin zu faul, diese Schlüsselkarte immer zu holen. Kompromiss. Ich... Wenn ich es schaffe, eine Wache hier einfach so fertig zu machen. Hier zum Beispiel. Hi. Hey, schön dich wiederzusehen, Bruder. Ich... Bin ich dein Bruder? Drück mir nicht so auf die Pelle. Ich stehe hier schon die ganze Zeit. Guck, ich drehe mich sogar von dir weg. Weißt du, du bist echt... Nein, fick dich! Fick deine Mutter und dann geh mir verfickt nochmal aus den Augen! Hast du ein Problem mit mir? Ich finde es toll, wie sein Kopf sich dreht, wenn wir die Kamera drehen. Also von Hitman. Hey, ich bin kein Gaylord, kein Interesse. Ich finde es toll. Diese Dialoge. Ist ja auch wirklich komisch, dass wir hier so rumstehen. So. Wo ist die Schlüsselkarte? Haben wir jetzt die Schlüsselkarte? Ja. Gut. Äh... Ich bräuchte noch eine Kiste für ihn. Allerdings weiß ich da niemanden. Ich bin eigentlich ein Kerl. Sehen Sie das Haar auf meiner Lippe? Habe ich beim Wachsen übersehen. Danke. Ah, hier kann ich die Leiche vielleicht noch verstecken, aber solange die da drin sind, nicht. Tür geht zu. Jetzt kann ich jedenfalls hier einfach durchzielen. Er nimmt das hier auch auf. Also ist ja schon ein bisschen ekelhaft, dass er seine Angestellten so ausnutzt. Ich hoffe einfach, dass niemand die Leiche des Wächters so lang findet. Ich hätte auch einfach den Weg nochmal gehen können. Da hat mich ein paar Punkte gekostet, aber hey. Was hat er denn da? Ist er panisch? Er ist doch jetzt nicht panisch geworden, oder? Auf der Karte ist niemand irgendwie angezeigt als... Was weiß ich. Oh, jetzt geht sie da hinten hin. Oder eher, wie er uns jetzt mitgeteilt hat. Kann der jetzt mal was machen? Diese Wartereien finde ich echt unglaublich. Nervig. Hey, was ist denn los? Er ist gerade echt panisch geworden. Tut mir leid. Ich muss... Es geht so nicht, weil das Erdrosseln da hinten nicht gut funktioniert hat. Ich komme aber auch... Groß anders hier weg komme ich halt auch nicht. Ja, komm, wir machen das so. Ich laufe ganz, ganz schnell jetzt die Karte holen. Ich muss mich halt beeilen, weil sonst ist da hinten seine Show mit Aufnahme schon vorbei. Weil ich nicht schnell genug bin. Mann, das ist halt echt scheiße, dass ich da gespeichert habe. Das finde ich ein bisschen blöd, dass man die Speicherpunkte nicht nochmal überschreiben kann. Das würde da sehr helfen. Aber ich denke, es hat schon seinen Sinn, warum man die einmal aktivieren kann. Das ist wahrscheinlich zur Balancing auch ein bisschen. Ja, sogar den Beweis sammelt man hier nochmal ein, ohne dass es angezeigt wird. Ich bin einer von euch. So, jetzt gehe ich da hinten hin. Äh, da war's. Entschuldigung. Müsste eigentlich Verdacht schöpfen, wenn ich hier hinten hingehe. Ich weiß nicht, ob er darauf achtet. Tatsächlich nicht. Ich wusste halt nur, dass dieser Raum hier war von meinem ersten Playthrough. Am liebsten hätte ich's, wenn sie... Ich weiß nicht, ob... Wow, das jiggelt. Ich weiß halt nicht, ob er noch hier drin bleibt, wenn sie rausgeht. Das wäre natürlich toll. Ich warte auf jeden Fall mal ab. Ich warte so lange ab, wie's geht. Und wenn wir schon mal warten, können wir ja auch die Lage sortieren. Was ist denn das für einer? Ich warte, bis er zu Ende telefoniert hat. Wenn er telefoniert und ich ihn dabei erschieße, weiß jemand Bescheid. Cool. Bis später, Baby. Komm, nehmen wir auch noch mal seine Schlüsselkarte. Und ihn schleppen wir jetzt auch noch mal hier hin. Privater Tanz. Eins von drei. Uh, haben wir gerade ein Silent Assassin Abzeichen oben. Ich weiß nicht, ob's so heiß... ...dominiert. Wir haben auf jeden Fall gerade ein gutes Rating. Wir haben uns auch viel Mühe dafür gegeben. Und dann hauen wir jetzt noch mal ab. Wo genau ist denn der Ausgang? Ist der Ausgang hinter der Bühne? Ach, da oben. Hey, kommst du aus der Kloake, oder was? Da darf ich nicht rein. Ach, ich weiß nicht. Ich geh jetzt einfach heim, okay? Mir reicht's. Was denn? Haben wir den Verstand verloren? Das ist dein Umgesellschaft. Da oben ist der Ausgang. Ich ertrage Dom einfach nicht mehr. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Aber wie komm ich denn da hin? Hör zu, du bist neu hier. Dom braucht der Preis, den wir alle brauchen. Ich würd am liebsten eigentlich abhauen, bevor ich... Einer hat uns gesehen. Ach, hier ist der Ausgang, okay. Ich glaub, ich war hier schon mal. Ich hau doch schon ab. Oh, jetzt nur noch Spezialist. Ich hab Punkte verloren. Weil ich hier gesehen wurde. Iron Man 1. Oder war das schon für ein neues Gebiet? Ich muss nach oben. Nein. 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 Ich melde aber ein. Was? Na, Knado. Nein, Baby. Ich war gerade bei Dom. Er sagt, wenn ich seine Freunde nicht unterhalte, schick der Mail nach Hawaii. Die tun mir irgendwie alle sehr leid. Sie dürfen nicht denken, dass du ihnen gehörst. Und... Ich denke, dass du... Tun mir wirklich alle sehr leid. Aber hey, das ist nicht meine Aufgabe, das irgendwie zu verbessern, deren Situation. Was genau habe ich hier? Mit dem Whisky soll nicht gespart werden. Ist das der Raum dafür? Warum auch immer hier Pistolenmunition ist. Hier ist niemand. Hätten wir ihn auch hier oben fertig machen können? Wäre er auch hochgekommen dann? Zu den Mädchen, das er hochgeschickt hat? Anrufbeantworter. Abhören. Ja, hier ist Wade. Ich habe ein paar Jungs zu diesem Birdie geschickt. Wenn er für Hitman arbeitet, müssen wir ihm schleunig die Flügel stutzen. Ruf zurück, wenn du weißt, wo das Mädchen ist. Dexter wird ein Vermögen und ich will meinen Anteil. Bis bald, alter Junge. Ein paar bunte Pillen, Geld und ein Foto. Gut für Sie, Kumpel. Respekt. Er war auch hinter Ihnen her. Jemand kommt zu ihm. Ein Typ namens Wade. Der Kerl ist verrückt, als eine Kanalratte. Sie müssen sofort herkommen, verstanden? Die Scheiße geht komplett nach hinten los. Das wird übel, Mann. Ich rufe Sie wieder an. Hm. Er ruft ihn an. Dann würde ich sagen, das Einsatzziel ist verendet. Werfen, eins, drei, geschaltet. Wir können jetzt weiter werfen. Juhu. Das war es dann aber auch für diesen Part. Wir umgehen im nächsten Part dann die Polizei und ich finde, wow, es sieht so gut aus. Wie oft habe ich das jetzt gesagt? Ihr könnt einen Counter machen oder so, wenn euch langweilig ist. Also, beim nächsten Mal geht es weiter mit Hitman Absolution. Mit mir, eurem Vogel. Macht's gut. Tschüss.